Warte doch auf mich Leute! Was? Münster? Keine Ahnung Keine Ahnung, in der Nähe vielleicht, keine Ahnung Irgendeine andere Stadt hier in der Nähe können wir vielleicht fahren Vielleicht Nordpol? Keine Ahnung, mir egal, oder Aarhaus oder so? Ja, das ist Aarhaus Ja, okay Jo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video von mir Dort bin ich immer wieder mit zwei Leuten unterwegs Und wir heißen immer wieder ein bisschen rum Und wir fahren erst nach Aarhaus Ja, weil ich hier immer einen Kurzfall rumfahre, ist ein bisschen langweilig Deswegen fahren wir erst mal nach Aarhaus Und ja, mal schauen, was da so abgeht Na Leute, dann würde ich sagen, melde ich mich wieder, wenn wir in Aarhaus sind 20 Minuten später So, jetzt sind wir in Aarhaus Wohin? Okay, ich wäre erst da langgefahren Aber ich kenne mich auch nicht wirklich aus Also nur die Hauptstraßen Es ist kalt geworden, ey Heute Morgen war es so richtig warm gefühlt Na okay, was heißt warm? Da war die Sonne geschehen und so und jetzt Uff Hm? Ach, die sollen wir überholen hier unter Fahrer Beziehungsweise erst mal das Auto Fahr mal vor Scheiße, was denn? Wo bin ich hier? Ich kenne mich hier nicht aus Weil ich... Wir fahren hier nämlich jetzt einfach wie wild durch Boah, ist das ein großes Industriegebiet, ey Das war voll Bremsung Ja, können wir Ja, können wir Boah Boah, ist mir kalt, Leute Ach, hier kenne ich mich ein bisschen aus, glaube ich Boah, fuck, ist meine Hose auch cool als gefühlt Sieht zumindest so aus Hat ja immer extra chemisches Platz Oh, hier riecht sie mir voll lecker Lass mal gerade ausfahren Und wir können dann nochmal bei der Hose vorbeifahren Naja, besser nicht Was, weil mein Sprint noch ausreicht Ich hab das letzte Mal getankt Wo ich das Tankvideo gemacht hab Und das ist jetzt von Von diesem Trip her Jetzt hier drei Tage her Boah, wird ja schon dunkel, ey Da muss ich bald noch die Helligkeit von der GoPro hochstellen Ich hoffe das geht noch Aber nein, tut's mir leid Was? Fahen wir nicht eben schon mal? Ach ne, wir sind 1R abgefahren, glaube ich. Stimmt. Expert. Haben die offen? Lol, ich dachte die haben zu. Was fehlt an Dreiern bis erst? Lass mal links fahren. Links waren wir noch nicht. Doch, wieder rechts? Ich würde gerne mal an dem Schloss ein Foto machen. Ja. Hey, wisst ihr wie man da hinkommt? Ja, keine Ahnung. Ja. Oder schieben. Würde ich sagen, oder? Was denn? In der Mitte, oder? In der Mitte? Ja, würde ich sagen. Ach so. Aber lass mal besser hierhin stellen, weil ich glaube, von hier kann man besser ein Bild machen. Erstmal für Snapchat. Oh, Sintorn steht leicht schief. Ja, sollen wir dann wieder? So. Vielleicht ist das Ganze ganz schön? Äh, nein. Eben zum Beispiel die Fahrt nach hier habe ich das schon gemacht. Ich habe das nicht gefilmt. Aber jetzt hier, wo wir hier rumfahren, habe ich die ganze Zeit gefilmt. Und die hat sich schon gesagt ab. Mhm. Ich glaube, da ist überall Fußgängerzone. Ja, aber mir egal, können wir auch. Boah, ich kann nicht mehr, Leute. So, hier dürfen wir wieder. Ja. Ich brauche schon das zu sehen, wenn man einfach schieben kann. Ja, eben. Wo kommen die jetzt? Ja. Ach so, da ist der. Ich habe... Oh, ist grün. Lass doch da, rechts und da nach Coesfeld wieder. Ach Leute, das ist so scheiße, wenn es jetzt schon wieder dunkel wird. Wir haben es jetzt halb vier oder so. Was haben wir da? Eine Ape, Digga. Geile Karre. Schöner Zweitakter. Na gut Leute, dann war es noch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, also man weiß mal was anderes hier rumzufahren anstatt einfach nur in Coesfeld oder Umgebung. Und ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. 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 Ciao.